aber familie bei kiran die koran ja bei telefon welch da ich habe nicht verstanden manu von info vergleich geben und zwar in vorreich vergleich vergleich also ok genau ja und zwar sie haben wir in der vergangenheit der stromanbieter gewechselt steht hier ist es richtig ja der teuer ja und bei einander ja auch mal weniger teuer machen als bei anderen ja herr banki randy koran da haben wir ja versprochen dass man sich ja rechtzeitig meldet falls es für sie eine senkung oder steigerung geben würde wie sie es mitbekommen haben die preise wurden ja hoch gestuft ist so der teurer geworden da hatte die teuer geworden aber sollte wegen corona doch billiger werden aber nicht billiger geworden deswegen melden wir uns ja damit wir für sie die umstellung vornehmen können und das unterstufen bei kiran die koran ja und war für die berechnung bräuchte ich einmal die stromzählernummer bitte stromzählernummer handy nummer nein zählernummer liegt wissen was sie meinen haben wir eine jahresabrechnung weiß nicht was soll ich eine abrechnung sie bekommen ja abrechnung sie englisch sprechen aber du bist einig der einig der elektrik kante namen der war er kann die elektrik kante namen der elektrik kante die kante auto clock die uhr den uhr wo den strom draufstehen ja ja es ist right soll ich jetzt bei keller laufen und nachgucken you you don't need to go to the keller you have a yearly bill a yearly bill yes my wife is taking care of of the paperwork right yes it's right off the paper i can help you ok soll ich gucken wo ich den finden wir ja frau ist bei bei doktor mit die kinder ok können sie können sie mal nachschauen hier bin du von stadtwerke oder wo du anrufen nee wir wir sind die hauptzentrale wir haben durch uns gewechselt von abita energie ottenberg gmba haben wir sie auf stadtwerke umgestellt otterberg ja sehr gut ich mal bei der haben sich bei den schrank von meines frau drinnen gucken ja wo ist denn die rechnung bei schrank drinnen können sie mal kurz können sie mal kurz nachschauen ich schon stehen und gucken machen und wie viel geld jetzt kann man bei bei sie wieder gespart machen bei den jahr oder zwei jahre wieder gehen für zwei jahre werden wir preisgarantie machen es wird um die also 13 bis 17 euro günstiger wir werden gleich nachschauen noch einmal wie viel um die 13 bis 17 wird günstiger wir werden nachschauen erst mal aber muss nicht bei keller laufen ja nein nein ich brauche zählernummer das steht bei der abrechnung bei jahresabrechnung ja gesuchen also jetzt bei bei stadtwerke suchen oder bei iris für mal suchen von namen bei der letzten firma jeder firma steht genau ja einen moment gucken ja und wann wir das neue spreche dann bekommen nächstmöglichen termine innerhalb 1 bis 2 monate so schnell ja das ist ja ein sonderkündigungsrecht weil die preise hochgestufen wurden sind also war ja zu teuer geworden für sie ja das ist sehr teuer geworden und dann zwei jahre billig werden dann wieder teuer kommen oder wie man da werden wir nachschauen wie jetzt da werden wir uns noch mal da werden wir noch mal anrufen und nachschauen welche ob es günstig ist oder ob es teurer ist okay verstehe ich ich bin ja kein heiliger mensch kann ja nicht nach zwei jahren etwas ihnen sagen nein 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 wird menschen nicht erheiligen weil du den heiligen den buddha und den heiligen kuh und jesus den heiligen menschen ja ja aber wir nicht heilig wir können nur auf einen guten weg gehen wird der heilige buddha einmal sagen wenn er nicht gibt was du einem menschen geben kann dann gib ihm eine lachen und das ist was wir die jeder tag machen immer sehr freundlich sein zu diesen menschen immer ein bisschen lachen immer helfen und dann sind wir sehr gute menschen zu anderen menschen ja ja das ist ja unsere aufgabe der ddc gucke mal ich glaube ich das finden das nummer sagen ja da soll man e mail schreiben dass das steht auf der jahre abbrechung bei finden zweite seite wieder finden die dd 93 ja 15 ja 63 ja 66 ja 1 0 3 0 ja was zahlen wie viele euro zahlen jeden monat für den strom von deutschen schallen hassen von bank von sein wir ein von wohnertig von wohnertig 85 ok wenn ich kurz schau mal kurz nach was soll ich machen ich schau nach einem moment bitte ok es wird dann demnächst für die 76 euro monatlich noch einmal 76 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 ok ok i look at now one moment ich dachte du vielleicht 18 jahre also so junge stimme habe ich mache viel sport viel sport mit die stimmbänder das mache ich auch immer bedeutet sehr wichtig dass man mit den stimmen kann man gut umgehen ja man muss ja wenn man gesund ist immer dann hat man immer die junge stimme und man ist halt immer gut drauf und energie voll ja energie energie positiv kann man das ist immer sehr wichtig für menschen für eigene leben für gesundheiten für sexy time für alle wichtige sachen ja wenn man wenn man jemand zum lachen bringt dann kann man auch selbst lachen wenn man nicht zu jemand zum lachen bringt sondern zum weinen dann weint man auch selbst aber leider viele menschen geben denn nicht denn nicht wirklich ob andere menschen weinen weil sie selber nicht weinen genau weil das verstehe ich jetzt auch nicht die zeit ist sehr anders geworden die menschen sind sehr anders geworden die drüge leider die zu zurück genau so problem genau do you have anything to write bitte notieren sie meinen namen und meine nummer haben sie was zum schreiben ja 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 ok jetzt meine nummer oder zu otterbach gmail.com e mail address ich gebe meine nummer meine telefonnummer kann ich bei display sehen bitte keine probleme aber sehen sie ok sie können auch mein name von berlin von berlin anrufen genau hauptzentrale 0302 wobei berlin nicht drei jahre bei berlin leben wo zentral wie das ist nur diese online dieses system wir arbeiten welche welche stadtteil bei kreuzberg drinnen bei mariendorf drinnen wo den kompanie leben das ist in der in der nähe von kreuzberg nicht kreuzberg direkt erwarten wo denn kennen wir die zimmerstraße nein welche stadtteil denn liegt alle straße können aber stadtteil kennen wir sind wir sind jetzt nein nein nicht tempelhof sondern in der zimmerstraße 78 das ist ja der stadtteil von sieben einen moment ich schaue mal kurz nach weil du nicht wieder sei na ich bin seit drei monaten hier aber sieben jahre sagen vorher ja ja ich arbeite seit sieben jahren wir sind ja online unterwegs für uns ist egal wo wir einen pc haben ist unsere arbeit dort ok wie du männerl kennen wir bitte manager bei den firmen naja das ist die 1011 7 in ort berlin zimmerstraße 80 ich gehe mal zu navi mit zu groß office normalerweise habe ich in stuttgart vom home office stuttgart genau vom home office in estingen aber dann sehr weit bis berlin gucken ja ich musste halt wegen schulung kommt wir haben paar ausbilder hier deswegen muss ich ein paar monate hier bleiben damit ich die ausbilden kann dann ausbildung man das ist sehr gut genau also wie ich bin ja ein profi geworden letzten sieben jahren deswegen muss ich halt ja ausbilden sehr schön sehr gut sehr gut mir sehr freund er hatte gute kann man wenn du andere menschen helfen andere menschen zu helfen genau ja also ich mache das lieb ist für mich kein problem war sprich ich das richtig aus band hier an die rockern band hier an die rockern ja band hier an gehören ja und zwar der aktuelle anbieter welche stadtwerke buch der aktuell ab otter bach otterberg mit der otterberg aber stadtwerke otterberg ja ja bei otterdam drinnen abitur energie otterberg geben wir also dass er die stadtwerke otterberg geben steht da auch die steht auch die kunden nummer dort kunden nummer kunden nummer wenn ich der scheine abrechnung wir den brauchen wenn ich das schon wieder weglegen bei schlangen denn sonst meine frau katastrophen machen wenn das papier nach finden die mir schlagen letzten nee 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 das würde kein mensch machen zu jemand anderen schlagen dürfen ja nicht nur meine frau nicht kummel ach so also wie gesagt ich bräuchte er die kunden Nummer also soll ich noch einmal gucken ja genau ansonsten brauche ich nicht letztens mal die kunden gemacht würde man die gucke ok soll er mal schreiben ja der der 605 ja 346 ja 05 ja 1 3 das ist die kunden nummer von arbeiter energie otterberg die mann ja das denn das number von meinem namen ok ok super schande bank hier an der rekord dann die dann die rücken wann der radio kann banken die locker noch noch 20 mal dann können wir die schwierigen kein problem ich bin ich lerne schnell war die land die rohkern wird es von indien hier in die schon nach so endlich kein problem und zwar supi ich habe jetzt den tarif für mich und zwar also für sie herausgesucht der heißt dann demnächst prima bonus und drei hoch ist bonus 25 euro gutschrift bekommen sie pro jahr jeder jahr genau pro zähler haben sie nur ein zähler oder wie viele fehler haben sie dann mit den meiner dann meine frau und wir drei kinder haben und mehr schwanken dann ein fehler meine zähler wie viele elektro kantor you have how much elektro kant und wann nennen wir haben auch gott schwierigen weiter muss ich gucken warte jetzt bei meinem büro drinnen der zwei stück haben badezimmer zwei stück haben nächste badezimmer glaube ich drei stück haben wälder in den badewand bei zimmer von meiner sonne wir noch mal eine mehr machen weil der nur einsteck durch haben und bei living room werden wenn in gedent wird vier stück haben ja also da steht pro zähler 25 euro ich weiß nicht wie viel fehler sie haben aber pro zähler bekommen die 25 euro einen gutschrift vor jede steckdose nein pro zähler nicht steckdose zähler ist ja elektro kantel den den urgen jetzt bekommen sie 25 euro gutschrift auch von den nackbar pro zähler wie viele haben sie halt einer in den anderen aus dem von den nackbar ja da bekommen sie leider dann nur für ein zähler 25 euro weil denn den anderen für gas das ja egal oder für gas wenn sie auch gas haben kann ich das auch für gas einrichten ein geld auch für gas bekommen ja genau was teilen denn für gas monatlich 50 europa 50 euro monatlich ich kann mal nachschauen also gas könnte ich bis zu 41 euro unterstufen noch mal 41 euro könnte ich das machen bei gas also auch weniger kommen ja genau haben wir auch die fehler nummer von gas da die gleiche firma nene fehler nur für gas die urnummer ja google mal gleich geworden sehr gut am jahr muss ich gucken weil dann ein anderes papier drinnen schreiben angekommen ja kein problem ich warte kurz und dann auch bei zwei monaten neue gas haben genau da werden wir auch für gas das bekommen und deshalb bekommen wir auch für gas zähler 25 euro gutschrift ist auch gas bei abita energie otterberg gehen wir oder bei swk ja 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 ich schaue mal kurz nach haben sie die uhrnummer von swk eine gegeben gerade gucken und wie lange heute arbeiten bis 17 30 so lange ja weil also bis 16 30 17 uhr telefoniere ich und halbe stunde notiere ich die ganzen sachen was ich morgen noch machen muss termination ok planung ja ja auch immer sehr viele planung machen normalerweise fängen wir um 10 uhr an morgens aber ich komme immer um 8 30 ich muss das ganze terminieren bisschen frühstücken und so weiter arbeit von chef machen aber nicht ich bin ein vorgesetzte hier schon ähnlich wie chef so manager ja genau also nicht von berlin von stuttgart bin ich chef deswegen bin ich hier auch vorgesetzter noch einmal also ich bin chef von stuttgart ja von büro stuttgart bin ich selbst deswegen bin ich hier auch vorgesetze ich muss die planungen für stuttgart machen nicht für berlin ok ich schreibe die mails immer macht pläne terminierung und schick an meinen assistanz in stuttgart das dann und er macht die ganze arbeit dann wenn ich nicht da bin im office oder die jubel weil du eine aufschreiben der alle arbeit machen ist schon schön aber manchmal auch schwer warum ja wenn du alles glänzt da musst du auch von alles ahnung haben ansonsten wenn ich einen fehler mache dann wird das ganze system kaputt nicht gut ja deswegen soll man keinen fehler machen wir bei unserer farm auch wenn du tier nicht füttert tier kaputt genau genau das ist das gleich das ist eigentlich wie ein kind wenn du den kind etwas falsches beibringst wenn er groß wird macht der sehr falsche mein gott ja weil er einmal meines meines frau meine sohn einer so einem wie sagt man bei deutschland eine buch kaufen wo den kinder können malen ja ja und bei dem buch zieckebock und kuh drinnen der dann kann ich anmalen und dann würde bei garten bringen nicht bei bei firma arbeit machen und meine frau nicht gucken und den john mit farbe von von fencing von von trauen der zieckebock anmalen mit lackfarbe nicht gut er hat den zieckebock angemalt ja mit farben von trauen wir wollten trauen weil wegen eine eine auto da fahren weil nicht gut gucken wir den sound bei roten machen und der ziege in roten malen ja das ist das ist aber sehr gefährlich für den kind der ziege wird könnte auch den kind einmal kicken mit seiner hinterbeine das könnte auch passieren das ist so ähm ähm äh therapie ziegen therapie ziegen der sehr freundliche tierin der bei ähm den wir bei ähm bei mental hospital bringen wenn leute schon bei äh mental disorder wenn die bei äh bei ein ein kriminell oder bei krieg waren und das ziege der äh beruhigung machen ach so und dann höre ich zum ersten mal ist sehr schön ja dann auch mit hunden geben sehr viel mit mit therapeutik dog machen aber viele menschen auch bei heute angst vor den hunden haben und darum hat ziege bocken nehmen und der ziege bleiben den beide möglich aber ziege bocken mehr mehr respekt bei menschen bekommen wegen der honne ja das wusste ich nicht das wusste ich man lernt ja nie aus ich habe heute etwas neues gelernt ja jeder jeder tag ist eine neuen lebenschancen zu lernen etwas für den rest von die leben und was kann man bei seinen jenen geben damit die nicht gleiche fehler machen genau das habe ich auch vor dass ich mal mein kind alles einen tag beibringt aber die freundin möchte noch kein kind okay aber besser alle wollen weil nicht dass einer sagen nee geht's gehen nach woanders und dann familie gehen auch nicht gut genau deswegen lasse ich auch bisschen zeit also bestens ist wenn sie auch bereit ist dass wir dann erst ein kind machen ja das ist besser aber dann liegt von berlin bei stuttgart fahren damit du eine eine platz haben wo familie kann bleiben wenn du für kinder natürlich meine ich will platz habe ich schon ich habe mehr familienhaus wo ich halt auch mit meiner mutter wohnen weil mein vater ist gestorben meine mutter ist im unteren stock wir sind im oberen stock mit der terrasse da haben wir auch ein kleines garten da können die kinder schon rumspielen garten ist sehr gut und sehr wichtig dass die kinder lernen da den leben nicht vom supermarkt kommen mit einem kartoffeln bei boden drin wachsen und einem morgen und nicht im techno wo die technologie sich entwickelt hat nicht im tablet oder telefon immer rumspielen richtig richtig selber sich dreckig machen sache probieren vielleicht auch einmal weinen aber man wissen dann werden will funktioniert machen okay genau ist so ist dann ist es sehr wichtig guck mal ich glaube der nummer gefunden werdet bei bei gas gucken ja ja 505 ja 27 akte ja sieben ja 225 ok 225 kontrolliere ich genau ist auch grün geworden das ist aber von der sw kann ja ja s wk s wk ja das ist ja immer weiter otterberg dann bei bei telefon immer sehr ohne freundlich einmal einen fragen warum denn rechnung so teuer gekommen die sagen heute ausländer nicht verstehen nicht verstehen die immer rauflegen und immer nur eine kollega wenn man sich versteht unsere arbeit ist erstens mal nett und höflich zu sein man soll dann immer mich schadet nichts wenn ich mit ihnen eine stunde lang telefonieren ja hauptsache ich mache meine arbeit richtig und ich kläre sie gut auf das ist für uns das wichtigste ja also ist egal ob sie in deutscher sind ob sie in türke ob sie in russe sind ob sie in indien sind ich muss meine arbeit machen das ist meine arbeit ja ja das richtig machen das ist sehr wichtig würde den therapeutik ziege bock denn auch egal ob eine eine hindu eine eine judin eine muslim der dd egal dann müsste menschen muss therapie bekommen genau das ist ja wie das gleiche bei der luft wenn die luft auch entscheidung hätte würde fast sehr viele menschen sterben weil jeder bekommt der luft ja ja genau das ist ja die gleiche sache super und zwar bahn kiran die roh kann jetzt habe ich richtig ausbauen sehr gut bekommen super und zwar da bräuchte ich einmal die kundennummer von der sdk du müsst auch drauf stehen da könnte auch betreibt kontonummer draufstehen noch mal was dann gleiche wird wird schon der nummer oder betreibt konto kunde oder konto genau entweder oder frage von meine konto da steht kunden nummer hier auf oder vertragskontonummer ist das gleiche ja 65 ja 202 ja 959 691 ja super ich kontrolliere das kurz ja und zwar das ist so herr bahn kiran die roh kann hier die tarife werden von der prima strom eingerichtet die rechnungen für sie denn ja prima genau es besteht für sie keine umstellkosten kein vorkasten oder voraus keine umstellkosten also gibt es keine kosten weil sie wechseln es gibt keine kosten für sie ist kostenlos strom nein die wechselung unserer arbeit ist also für sie kostenlos den service soll genau das service ist kostenfrei ja gut schon stieg auf die auftragsbestimmung bekommen sie per post in fünf bis sieben werkstagen wo ich die kunde auf die hauptstraße 127 dies aktuell oder keine umzug mal ja ja super und zwar das ist so viel strom werden sie demnächst 76 euro zahlen und für gas 41 euro ja wo ich die kunden nummer eingetippt habe habe ich nochmals gesehen als treu kunden bonus ja schon kommen sie ein treu kunden bonus und bedeutet das ist ein bonus als kunde für sie ist ein kostenloses haushaltsschutzbrief das bedeutet warte mal ganz kurz da ist gerade einer bei tour bin gleich wieder da ja der klingelungen machen eine minute danke ich warte kurz hallo ja bin noch dran ja pardon das war ein polschen mann gewesen der immer will falsche paket bei meiner bringen ist kein problem habe kurz meine mails durchgecheckt ja genau und zwar oder kommt gerade meine frau nach hause kommen ich sie kurz sagen was wir mit strom wenn die einem mann hallo hallo schönen guten tag ja bei mir an die roh kann mit wem spreche ich denn bitte manuel von info vergleich frau banki randero kann ja und zwar der energie dienstleistung hauptzentrale genau der energie dienstleistung service umstellungen kündigungen tarif berechnungen sind wir bundesweit zuständig ach so wir hatten nochmals gemeldet wie sie es mitbekommen haben die abitur energie otterberg gegenüber und die swk hat ja am ersten ersten preise hochgestuft besteht ja auf der jahresabrechnung drauf wir haben ja darauf nicht reagiert deswegen wurde es ja für ein jahr wieder automatisch verlängert auf was haben wir nicht reagiert auf den schreiben von den anbietern es wurde hochgestuft das stimmt ja und es wurde ja wieder verlängert automatisch und um das zu verändern haben wir uns nochmals gemeldet für sie wieder das beste zu tun und einen spartarif zu einfügen warum sagen sie denn immer wieder und nochmals wir haben doch nie gesprochen mit ihnen mit mir nicht mit ihrer firma ja auch nicht wo haben sie unsere daten denn her ja die umstellung von der swk und abitur energie otterberg die wir haben wir für sie durchgeführt um gottes will wir haben sind die durchgenommen wo haben sie unsere daten denn hier habe ich gefragt sage ich ja die umstellung war ja durch uns gelaufen vorbein gedrückt das ist ja glatt gelogen wie ist es denn gelogen bin ich ein heiliger mensch nie offenbar ja nicht weil es aber weder den namen noch die telefonnummer noch die adresse gibt es und dass sie jetzt schon ein paar mal mit ihnen gewechselt haben ist glatt gelogen weil unsere ganzen daten einfach nur auch ausgedacht sind wie ausgedacht was für eine straße ist denn falsch was ist alles es gibt weder den herrn noch die fraubahn die randiro kann die adresse gibt es auch nicht also die straße schon aber die hausnummer nicht und gewechselt haben können wir mit ihnen auch nicht weil es die leute die namen die adresse die straße und die ganzen nummern die sie angeblich bestätigt haben waren ihre telefonnummer und ihre telefonnummer rückwärts gelesen das ist ihnen auch nicht aufgefallen sie sind gerade live im radio wir haben sie ein bisschen verarscht ja das war ja ein schöner witz ne ja möchten sie jemanden grüßen nein das ist schade warum blühen sie denn ihre kunden an wen haben wir denn eingelogen naja uns natürlich doch nicht na doch sie haben ja behauptet sie haben ja behauptet da hätten wechsel stattgefunden das ist ja nie passiert wir bekommen ja wir haben lieber herr wie sie auch heißen ja weil sie meinen ja dass sie nicht der herr bankedore kern sind ich bin ja auch eine frau ja wer ist ja gerade egal für mich ne weil ich bin jetzt ein bisschen auch sauer geworden wir sind ja keine heiligen menschen ich tippe ja nicht irgendeine nummer und eine straße sondern das sind die daten wo durch unserem portal eine berechnung durchgeführt haben sie ankreuzen der agb und beschweren sich dann darüber dass die anrufe bekommen überhaupt nicht ich sage ihnen wo das herkommt sie kaufen daten bei irgendwelchen gewinnspielen die sich als namhafte firmen wie rossmann amazon lenovo oder ähnliches ausgeben und mit den gekauften daten rufen sie dann die leute an doch weil nur da haben wir unsere daten eingetragen natürlich nicht das ist ja alles sag ich mal im rahmen einer reportage findet das ja statt zum thema telefonischer betrug in deutschland und da sind sie jetzt halt leider auch mit dabei natürlich ist es nicht na doch ich habe mir das doch nicht ausgesucht dass sie uns jetzt anrufen diese daten sind nur bei diesen datenpools vorhanden bei denen dubiose callcenter einkaufen und sie rufen mich jetzt an das passt ja auch nicht zusammen sie können sie können das erwähnen was sie möchten aber das ist halt so nicht wenn sie das schriftlich erwarten also mündlich darf ich das gesetzlich sowieso nicht ihnen durchgeben aber sie können das ja schriftlich erwarten wo wir ihre daten haben und so ein fall ich weiß das doch ich weiß es doch wo es herkommt ja wissen wissen können sie ja vieles ne ja wissen können sie ja vieles aber es ist nicht so ja doch natürlich nicht ich habe ja das schriftliche vor mir um gottes will ja dann lügt ihr chef sie genauso an was für ein chef denn ach sie sind ja der chef ja genau super sonst noch irgendwelche fragen oder anmerkungen zu der masche wie viele leute glauben das am tag vor allem die alten ja wahrscheinlich wenn sie sagen ja vor zwei jahren haben sie schon mal mit uns gewechselt erinnert sich doch ein alter man doch gar nicht dran soll ich mal ihnen etwas sagen wir bekommen anrufe damit sie einen wechsel durchführen sollen ja kann man ihre nummer anrufen ist die tatsächlich funktional natürlich natürlich sie können es mal versuchen und macht den herr wildermut verlangt wieder mut toll ist das ist das ihr richtiger name natürlich kann ja gerade mal wie dann müsste ich da müsste ich ja schon der facebook da gucke ich doch nicht rein nein schauen sie mal nach ob ich ein echter bin oder nicht da ist auch meine mailadresse der anschrift in dem pressen können sie auch nachschauen sie können machen was sie wollen ja das mache ich sowieso ja aber sie denken dass sie das richtige machen machen können wir alles aber nicht das richtige und das falsche das können sie ja nicht entscheiden doch ziemlich bin mir da sicher was ich mache ja wie gesagt ich habe keine lust mehr mit ihnen zu sprechen das glaube ich mich auch langsam ja wenn sie daran einfach also nicht glauben möchten können sie auch nicht sie können ja den einfach alle wege versuchen mich zu erreichen sie können nicht erreichen und das behaupte ich ihnen auf jeden fall sie können auch mal gleich wieder zurück anrufen nach den herr wildermut verlangt das können sie auch mal probieren auch wenn jemand zuhört jeder weiß ja bescheid jeder hat die nummer schon wahrscheinlich von mir notiert die können einfach anrufen mal versuchen ob es richtig ist oder nicht die richtigkeit ihrer nummer ändert ja nichts daran dass sie das gespräch mit einer lüge begonnen haben die lüge durchs ganze gespräch fortgesetzt haben natürlich nicht doch sie wir haben nie mit ihnen gewechselt weil es uns gar nicht gibt haben sie darauf bestanden dann sind sie in unserem online portal reingegangen ich habe nicht gesagt dass sie gewechselt haben sondern eine berechnung durchgeführt haben dann sind sie in unserem online portal reingegangen eine umstellung bedeutet nicht direkt wechseln ja mit tarif kann man ja auch umstellen wir sind doch sie kennen sich nicht in dem bereich aus doch ich kriege jeden tag so viele anrufe wenn sie mich nicht aussprechen lassen ja sie erzählen ja wieder quatsch seien sie mal nett und töftig und hören sie mal zu ja das ist aber quatsch wenn sie in unserem portal ja soll ich auflegen möchten sie möchten sie gescheite antwort oder soll ich auflegen nur ja oder nein nur oder ja nein wozu denn wenn sie mir eine entweder oder frage geben kann ich nicht ja oder nein sagen doch ich erwarte das ja oder nein soll ich sie aufklären oder nicht bitte ja dann hören sie mal zu gescheit ja das ist so in unserem online portal was sie eingefügt haben kommt in unserem system raus wenn sie das so einfügen oder das so berechnen lassen das kommt halt so raus ja wir sind keine heiligen menschen ich kann nicht wissen ob ein robert als sein name manuel eingetippt habe oder ob es gar nicht so einen namen gibt so etwas eingetippt das kann ich ja nicht wissen ja ja sehen sie und vielleicht sind sie auch so ein kunde oder irgendeine person der einfach seine lust haben möchte und in unserem online portal seine daten ja das haben wir ja nicht das würde ich das würde ich eides stattlich ich würde das eides stattlich versichern dass ich mich nicht auf ihrem portal eingetragen habe wir haben nur an dubiosen gewinnspielen teilgenommen die sich als amazon oder dergleichen ausgeben und dann nach einer telefonnummer fragen und da hat ihre firma die daten eingekauft weil wir diese daten die es nicht gibt nur da eingetragen haben 2000 deswegen hier haben sie sich aufgelöst seit 2018 ist ja so etwas unmöglich nein ist es nicht ich kriege jeden tag zwischen 200 und 300 anrufe genau aus diesem datenpool der bei diesen leuten unterwegs nein das will ich ja das ist ja zu dokumentations und schulungszwecken sie können sie ja einfach anrufen und die anzeigen die person wo sie anrufen das ist verboten wen soll ich denn anzeigen die leute in der türkei und in russland was für türkei was für russland na da sitzen die ganzen leute doch das wusste ich nicht also meinen sie vom call center aus ja 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 da können sie ja machen sie können sie ja die nummer einfach sperren lassen die bundesnetzagentur ist dazu zuständig machen sie doch das mein job wird doch auch ich will doch gar nicht dass das gesperrt wird ich will ja anrufe haben ja ich bin der Redakteur mein Name ist Dimitri so nebenbei nr Prozent ich sag mal einfach so ich mache jetzt mal weiter mit meiner arbeit und leg mal auf ja ja weil die nächste kunden bitte nicht wieder anlügen ja das ist nicht sehr freundlich was für kunde dann was meinen denn damit wie kunden die leute die du anrufst und den du Geld aus der tasche ziehen willst ich bin doch Prozent keine Firma oder kein Anbieter der ihr Geld aus du machst das du machst das ehrenamtlich da oder seit sieben jahren ja krass bist du ein herzensguter mensch hast deinen platz im paradies sicher bin ich auch inshallah aber ihr nicht jetzt mit einem ausländerischen akzent noch wieso akzent ich bin russisch zu kuckuckern ja dann habe ich auch ein wort für sie kuckuck lehrt ne kuckuck ja vor allem kuckuck das wort zum sonntag kuckuck lehrt ha 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 ha